Hier ist euer Kido Art Art 1. Heute melde ich mit einem Rundgang durch das Volkfest von Poing 2022. Viel Spaß! Fangen wir an hier in der Mitte mit den Kinderkarussellen. Rechts davon der Losstand Europaspiel. Bratwurst Singer. Schwied Riems von Thalkofer. Gegenüberliegend davon Soft Ice von Rommeli. Und Poing Jugendfußball. Gehen wir hier entlang. Nach dem Losstand zum Schießstand. Zum Schießbuden. Hier in der Mitte der Parekh-Dance. Früchtchen von Thalkofer. Dosenwerfen. Gefolgt von Pfeilwerfen Las Vegas. Und den Autoscooter Towercar. Ebenfalls an Thalkofer. Und aufgrund noch mal Boxing. Dann haben wir hier das Festzelt. Mit Schweigerbier. Hier noch mal den Breckdänzer. Da nähen wir uns bereits dem Ende. Direkt voraus noch Polen. Aus Neuerung. Bitteschön. Den schwarzen Dauch nach rechts schieben. Wir gehen langsam nach oben. Dann geht's raus. Jawoll. Dann geht's raus. So, jetzt noch mal. Da vorne Kohlmann Original Steckerlfisch. Und das müsste das Weißbierkarussell sein. Wenn ich mich richtig entsinne. Und noch mal ein kleines Festzelt. Schrägstrich bitte. Ja, und das war da runter. Dann hat das Volk da schon Poing. Klein aber fein. Weitere Videos findet ihr in der Playlist. Links. Den Kanal abonnieren könnt ihr rechts. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was sie alles zu bieten. Gibt's. Ich verspreche mich jedes Mal. Eigentlich wollte ich immer sagen, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was sie alle so geboten haben. Aber mei. Kann passieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Kido 8.1.